Yo Leute hier ist wieder euer Alphagene. Ich doch jetzt einfach mal, ja wenn man dann nix besseres zu tun hat als einen zweiten Account zu erstellen, nachdem man schon einen voll ausgelevelt hat, dann macht man das halt. Ich habe noch keine Ahnung wie lange die Serie gehen wird, wir werden jetzt einfach mal anfangen, so ein paar Level zu machen. Ja wie ihr seht, habe ich natürlich das Glück, dass das, dass die Honey Badger noch zwei Tage verfügbar ist. Ja, ich habe jetzt erstmal ganz viel Diegen gegönnt hier. Dann können wir uns noch hier die Vordergriefer schon mal bereifeln. Dann kriegen wir natürlich... Oh mei, wie viel Glück haben wir eigentlich haben. Jackpot Ranger gibt es übrigens. Also das ist ja nicht mehr normal, was wir hier mal haben. Ja, ich habe das Glück, dass ich direkt am Anfang für den Glück rein habe. Ich weiß nicht, dass ich jetzt noch... Also... Dann lassen wir hier den ganzen Kacken weg, dann braucht es keine Sauber. Also auch noch. Also... Hier die Turnsharer rein. Die man natürlich auf ganz Wettigen direkt am Anfang bekommt, genauso wie die VPA. Ja, das was wir Glück haben nicht auf dem anderen Account gehabt haben, dann wäre ich aber komplett down gegangen. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, dass wir uns so meinen... Also jetzt müssen wir jetzt auch meine Fresse rufen mich nicht mehr raus. Ist da, Mann! Hallo? Ja, dann stützen wir uns einfach mal in die erste Runde. Warten? Ich weiß, dass die Chat-Audio für Party Priorität hat und Mongo-Alarm. Ähm... Das ist direkt... Das Spiel läuft schon da. Die Folge gleich mit einem laufenden Spiel beginnen. Das wäre nicht so cool. Ich weiß nicht, dass wir jetzt noch mal ein bisschen... Ich weiß nicht, dass wir hier 500 Schüsse treffen und 50 Doppelabschüsse machen. Das sollten wir ja hinkriegen. Die Lobby läuft noch nicht. Holy shit, bin ich hier von schuldig. Jungs, das geht sogar nicht. Die Controllers müssen ganz schnell ausgemacht werden. Ähm... So... Das mache ich gleich in-game. Ich habe vergessen... Naja, lass mal... Boah, ich hab jetzt keine Ahnung... Ich schlüpfe, ich stehe jetzt noch eins runter. Wolverines, das ist eine UNSER-Operation! Ihr seid in 5 auf dem Boden! Ja... Also schaut's nicht aus. Schauen, schaut's nicht aus. So... Oh... Ich habe jetzt noch ein paar Punkte aus. Und dann hab ich jetzt noch... Kass, sie haben den Weg mit, dass ich hier rauskomme. Die... 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 das war es wieder komplett ich glaube nicht, dass ich wirklich, wenn ich Todenschwille habe, ich kann ohne Todenschwille nicht mehr schocken schießt das war es komplett das war es dann mal wieder die Replication daran haben ist nicht cool der Feind hat ein Drohnenpaket das war dumm das war das das war das Feindliche Bomber der Maul kommt Oh, viel ruhig Was ist das? Ich hasse sowas, ne? Gut, aber wir sind mal in der Wehe, das heißt über alle liegt Klar, korrektes Spiel Wir sind so froh, wir kommen Was ist das? Feindliche Drohne Was ist das? 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 Oh shit Wir setzen eine Drohne neu ein Drohne direkt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh shit Okay Was ist das? Ich bin doch der einzige in der Drohne, der du musst Oh, ich hasse es, ohne Drohnen zu spielen und die ganze Map weiß, wo man rumläuft, weil wenn man ihn rumspielen Ich glaub doch, er kommt Feindliche Drohne in eurer Nähe Was ist das? Oh shit Oh shit Oh shit Der Feind hat die Hälfte geschafft Ausschalten Ich wollte grad sagen, ich bete vielleicht durch die Zunge Was ist das? Was ist das? Holy shit, geht der mir auf den Sack mit seiner Shotgun, alter Meine Fresse Warum liegt's? Warum liegt's? Ich bin mit dem Ding Ich bin mit Opfern Ey, was ist das? Mann, die Waffe ledert 20.000 Jahre lang Das Wetter bin ich für irgendeine Perks Aber dann dieses Abgeschwuchtelte Nachladen Von manchen Waffen ist echt nicht auf 2.000 Jahre lang im Magazin reinzuschieben Und dann Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Bedrohung in ihrer Nähe entdeckt. Position markiert. Oh, fuck it. Was ist das? Ne, meine Fresse. Oh, jetzt kommst du. Kommt halt nicht darauf. Meine Fresse. Feindliche Versänger in Deckung. Feindliche Versänger in Deckung. Feindliche Versänger in Deckung. Ja! Feindliche Versänger in Deckung. Feindliche Versänger in Deckung. Feindliche Versänger in Deckung. Feindliche Versänger in Deckung. Erstes Game soll ich verloren. Und dann sind wir da kommen. Meine Fresse. Feindliche Versänger in Deckung. Feindliche Versänger in Deckung. Eine Niederlage. Das darf nicht noch einmal passieren. Darf ich nicht noch einmal passieren? Ja, das darf ich nicht noch einmal passieren. Ja, die Fresse. Ja, wenig Kampffokus. Ja, die Fresse. Dann schauen wir mal hier. Fankfokus. Schauen wir mal nicht. Hier brauchen wir Nachschub. Ne, das wollte ich nicht. Was mach ich? Hier. Schnellen Sinn. Dann... Wann kann ich das nicht? Der Hälfte, oder? Stufe 6. Kann man da eins mitnehmen? Äh... Okay. Dann muss ich mal weg. Dann will ich nicht spielen. Ähm... Ja. Dann mach ich das erstmal. Für die Folge erstmal. Also, das ist die erste Runde mal. Mal schauen. Vielleicht mach ich in Zukunft auch... Ja. Ich weiß noch nicht, wenn ich das mach. Erstmal die erste Runde auf einen neuen Account. Ich hoff... Ich hab komplett verkackt. Ich hab komplett verkackt. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.